Ihre Commander haben ein Verbrechen begangen, das ich nicht verzeihen kann. Alle raus! Der reizt alle Sinne, das ist eine tolle Story. Super spannend, toll unterhalten. Für das, was Sie getan haben, werden Sie bezahlen. Einer der besten 3D-Filme, die ich je gesehen habe. Das ist Wahnsinn, super geworden. Ich will ihn zur Strecke bringen. Bei der Sternenflaute geht es nicht um Rache. Vielleicht sollte es das aber, Sir. Spannung vom ersten Moment bis zum letzten Moment. So mit diesem 3D und dem laut und also echt super, super geil und super groß. Wir sind unterlegen, in jeder Hinsicht. Die Action war klasse, die Story war super. Das war auf jeden Fall toll, gigantisch. Wir passen nicht durch. Das passt, das passt! Es war sehr actionreich und ein absoluter Film, den man sich wirklich in 3D angucken muss. Es hat doch locker gepasst. Ich glaube nicht, dass man das so nehmen kann. Kann ich jedem empfehlen, nicht nur den Science-Fiction-Fans, nicht nur den Trekkies, sondern eigentlich jedem Kinobesucher. Blingel die Hörchen. Blingel die Hörchen. Ich bin zufrieden. Ich bin der Nahrung des Hauses.